Hallo und herzlich willkommen zum e-Tutorial 5 Tipps und Tricks rund ums Bibliothekskonto. Sie können sich direkt über unsere Startseite in Ihrem Bibliothekskonto anmelden. TU-Studierende wählen Anmelden für TU-Studierende und nutzen ihre Top-Account-Daten zum Anmelden. Alle anderen wählen Anmelden für TU-Beschäftigte und andere und nutzen als Benutzernamen die Nummer auf dem Bibliotheksausweis. Beim ersten Anmelden richten Sie Ihr Passwort mittels Ihrer hinterlegten E-Mail-Adresse selbst ein. In Ihrem persönlichen Konto können Sie Ihr Passwort und Ihre PIN ändern. Die PIN wird für die Ausleihe an den Automaten benötigt. Die Automaten können sowohl Zahlen als auch Buchstaben erkennen. TU-Studierende ändern ihr Passwort im TU-Portal oder bei der Zentraleinrichtung Campus Management. In Ihrem Konto sehen Sie alle Ihre ausgeliehenen Medien zusammen mit der momentanen Leihfrist. Sie können die Medien online so oft verlängern, bis Sie ein Medium 180 Tage ausgeliehen haben. Vorausgesetzt, es liegen noch keine Vormerkungen vor. Wenn eine Vormerkung vorliegt, können Sie dieses Medium nicht verlängern. Sobald Sie sich angemeldet haben, bekommen Sie im Wissensportal Primo die Verfügbarkeit eines Mediums angezeigt. So erkennen Sie, welches Sie ausleihen können und welches ein Präsenzexemplar ist. Sie können einzelne Titel als Favoriten speichern, um sie später erneut abzurufen. Außerdem können Sie jeden Titel selbst gewählte Stichwörter hinzufügen, um Ihre Favoritenliste später zu klastern. Sie können auch durchgeführte Recherchen speichern und diese erneut abrufen. Zusätzlich können Sie sich für jede Recherche ein RSS-Feed oder eine Benachrichtigung per Mail einrichten. Nun kennen Sie die wichtigsten Funktionen Ihres Bibliothekskontos. Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich bitte an die Leihstelle. Wenn Sie mehr wissen möchten, fragen Sie uns oder schauen Sie sich unsere weiteren Tutorials an.